ich muss da rein schießen so weiß ich gerade nicht daran kommen soll ja lass mich hier raus und warm und ein geheimer eingang find ich cool was zum teufel bin ich jetzt also bin ich wieder der hubschrauber wie geil wie geil ist das denn bitteschön wie cool ist das denn nein nein man das ist gemein da hinten war glaube ich irgendwas was ich hätte hätte erreichen müssen aber ich hab's nicht erreicht das ist fies hast du gehört nintendo du bist fies weil ich gerade echt gespannt bin was da unten ist vielleicht spiele ich das ganze noch mal nach aber das muss wohl überlegt sein vielleicht mache ich das tatsächlich noch mal und versuch dann einfach weil ich ein bisschen geskillter bin in dem spiel wirklich in allen level so möglichst viele punkte wie möglich zu erreichen natürlich nicht mit safe states bin ja keine pussy aber es wäre doch mal interessant zu probieren die perr so wunderbar und jetzt ah so ein samen sam was ist das was ist das the fuck hey what up zum teufel da hier sind so viele features wahrscheinlich weil ich mir diese ganzen blöcke alle nicht durchlese fallen die mir alle nicht so auf aber hey hauptsache ich habe das level beendet oder darauf kommt es doch an genau für 50 punkte ist so auch cool 400 mehr als 400 haben wir jetzt hier so 17 noch und für den rest des naja das sage ich dann das sage ich damit soweit ist die wir wie dass wir die die dann ich das sage ich das sage ich das sage ich mich ich das sage ich 15 Leben! Nein! Okay, lustiges Sporndrama. Oh, ich so lustig fand ich das jetzt persönlich gar nicht. Ich war mehr. Hier kann ich nicht einatmen. Kann ich drauf springen? Nein, kann ich nicht. Hätte ich vielleicht auch an den Stacheln erkennen müssen, aber man darf ja nichts unversucht lassen, nicht? Ist da oben so viel Zeug? Ja, komm her, Vollsauce. So. Aha! Na dann kommt doch runter, ist mir egal. Verdammt. Ne, so egal ist es mir dann doch nicht. Ist es etwas, wenn ich die Melone hier einschieße? Wenn ich die Melone einschieße, habe ich gesagt. Oh Gott. Aaaaah! Äh, da ist ja... Pfff... 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 Sterne hieß! Yay! Nein... Das... So. So, hier. Trau ich es mir? Ich trau es mir. Ich hätt's mir nicht trauern sollen. Pfff... 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 Ja, lustig. Finde ich auch. Gut. Erstmal ganz viele Eier sammeln. So. Ich komm her. Gif! 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 Machen wir ja irgendwie keinen Schaden, ne? Oder? Ich glaub nicht. Okay. Ah! Ah! Na, kommt runter. Ekligen kleinen, hässlichen Scheißviecher. Mutierte hässliche Scheißviecher so weit zu Hause. Na, komm. Haha! Es hat sich offenbart. Aha, wie geil! Kann ich sie damit töten? Das Geräusch kenne ich irgendwoher. Und zwar... Aus... Oh, wie geil! Samenkanonade! Yoshi setzt Samenkanonade ein. Sehr effektiv gegen hässliche Stachefiecher. Hässliche Stachefiecher fliegen zu Boden. Hä? Mehr Münzen schnappen? Nein! Mann, das ist schwierig. Vor allem, weil ich dem ja auch keinen Schaden mache. Aber der mir anscheinend. Ich will das Tolle... Ja! Haha! Letzte Sekunde! Letzte Sekunde! Da, 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 da. Oh, wie geil! Find ich extrem cool! Und jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Äh, okay. Kann ich nochmal spielen? ja ja gegner diesmal bin ich gewappnet gewappnet irgendwie nicht wirklich diesmal verliere ich es wohl diesmal habe ich verloren verdammt nochmal bitte ein letztes mal noch ein letztes mal probiere ich es noch ein letztes mal noch vielleicht wenn ich wieder in gealterung gewinne dann nehme ich das nämlich gern und dass mein neues hobby hobby dieses spiel zu spielen ganz viele items sammeln ja komm 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 es ist so hart diesmal ist es wenigstens ausgeglichen nein nein 67 man das ist voll scheiße weißt du bin ich bin besser als die letzten als beim ersten also ich bin besser als beim zweiten mal jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte weißt du ich verstehe das spiel dieses mal und wieder auf einmal irgendwie schlechter wahrscheinlich muss man das spiel irgendwie intuitiv spielen so kommen ja läuft gut läuft läuft habe ich gesagt ja und ich bin noch ein altem nein nee diesmal ohne scheiß diesmal wollte ich einfach nur zur seite gehen und oh gott ja ok ich halt noch ein item denn diesmal bin ich besser als mein gegner ich bin stärker ich habe hart trainiert und so oder so ähnlich so eine art so jawohl ja diesmal klappt es aber richtig gut vielleicht komme ich in den zweistelligen bereich ja ich bin im zweistelligen bereich 11 zu 2 gewonnen und ich habe gerade so jetzt kommt so ich wollte einfach nur weg gehen so ich habe ein tolles item gewonnen und wenn ich das was okay hauptsache dass erstmal sind meine items noch da die sind alle noch da schön also ich werde ich dir jetzt richtig interpretiere sollte bei dem bei den beiden bei den fragezeichen blöcken die ich doch nicht erdoppelt habe sollte sollte dann halt so random einfach mal so ein alter so ein schwuler block auftauchen halt so ein fragezeichen scheiß arsch so nutt und bei dem anderen jetzt haltet doch einfach mal eure dämlichen schnauzen und nervt mich nicht so und bei dem anderen sollte ich halt alle meine eier voll bekommen und wieso wechselst du auf einmal die richtung auf folgt doch deinen hässlichen kumpels ist klar der einzige dass ich wieder dagegen stellen sie bei den koopas die grünen laufen ja auch in beide richtungen also laufen hin und dann vom rand wieder zurück jetzt habe ich eure nest geplündert ihr schwuchteln ihr rosanen schwuchteln okay dann wollen wir mal das spiel macht meine aggro range grad ganz schön hoch was zum teufel ich bin auf drogen sind das die dinger sogar die mucke verändert sich wie geil ist das denn ich sammle jetzt einfach mal alle von den dingern ein vielleicht habe ich ja dann irgendwann den ultimativen horrohrtrip ich bin auf drogen alter das ist ja übelst cool es kommen sternis drogenrausch sternis die für mein sterni alter wie geil ich komme gerade da nicht drauf klar man finde ich jetzt fies naja super jetzt habe ich nichts mehr zum schmeißen super die wolken sind voll geil ich will doch mehr ich brauche ganz viele von denen nein das jetzt bin ich verdammt ach so das level ist noch nicht vorbei okay kaputt gemacht man kann unbegrenzt schwimmen wie geil ist das denn wie geil ist das denn ich habe immer gedacht um wasser sollte man in dem spiel wie in super mario auch wohl ne doch doch wie in super mario auch einen großen bogen machen das ist halt wieder treibsand wirkt und ich dann einfach verschlingt ich habe nur drei münzen naja gut auch cool in blauer lila nahe ein dunkelblauer joshi da 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 na komm wir kommen über die 500 punkte insgesamt oder 5 ab so jetzt jetzt kommt nämlich das boss gegner level plus irgendwie noch drei bonus level anscheinend und dazu habe ich mir einen kleinen gast bestellt und zwar die vivi die mir auch das spiel empfohlen hat wird dann dabei sein ich hoffe dann schaltet ihr auch wieder ein mein name ist heartless lp and i approved this message oder so ähnlich keine ahnung wir sehen uns beim nächsten mal beim nächsten mal mit vivi dem boss gegner den bonus level oder schon dem anfang von welt 2 wir sehen uns auf wieder schauen wir sehen uns beim nächsten mal beim nächsten mal beim nächsten mal beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal beim nächsten mal beim nächsten mal beim nächsten mal